hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play hearts of iron 4 als deutsches reich weiter geht's wir haben hier ein paar icons zum abarbeiten wir kriegen ein paar light tanks momentan ein defizit ja wohl 400 aber das wird schon wieder gehen ich denke mir wird relativ viel verbraucht gerade aber das geht schon das können wir wegklicken aber wir haben eine neue truppe bekommen können wir die kampfkraft hier mal verdoppeln mit der einen truppe und wir können einen neuen berater einstellen da nehme ich immer den der den verschleiß hier um acht prozent reduziert mit dem bin ich immer ganz zufrieden gewesen das bleibt so alles klar wie weit wollen wir denn hier hatten wir hier ja hier sind wir am kriegsgrund ausarbeiten noch vier tage das hier sollte ja auch bald durch sein ich denke mal das ist in ordnung ja genau hier wollte ich ja neuseeland angreifen per seen war so an per se invasion dann schicken wir die ja mit der strategischen verlegung zum hafen stellen wir direkt die seen version einer die erste truppe auswählen dann das see invasion symbol linke maustaste auf den stadthafen und dann rechte maustaste auf das zielgebiet schicken wir hier jeweils zwei in den in den hafen selber von den guten hier da haben wir ja die guten vier stück davon dabei dann nummer drei an die seite des hafens und dann nummer vier bisschen scrollen und ein bisschen zoomen hier leider aber naja wenn man das halt einzeln macht geht es schneller als wie wenn man alle zugleich schickt dann machen wir das hinten mal noch voll dann haben wir das ja alles schon mal übernommen und dann die restlichen pack ich hier vorne noch rein also wir hatten hier vier fünf sechs und die ruhig mal mitnehmen hier sieben dann nummer acht die beiden lasse ich mal aus und nehmen wir jetzt hier noch zwei mit neun und zehn ok drücken wir direkt mal auf play können dann direkt loslegen die schiffe hatte ich ja hier schon eingestellt jawohl das passt alles sieht man auch jetzt hier dass alle zonen abgedeckt sind lassen wir es einfach mal laufen normalerweise wenn die kabel einnehmen ist eigentlich afghanistan gibt dann afghanistan auf sieht doch gar nicht so schlecht aus läuft okay jetzt ist hier die kriegsgrundfabrizierung durch dann nehmen wir direkt gehen wir direkt weiter beim oman hier justify war wohl schwuppsdiwupps da sind wir wunderbar beobachten wir das ganz kurz 90 jawohl dann können wir die dann direkt drüber schieben schicken und ja hier nehmen sie auch die strategische verlegen von allein weil es zu weit weg ist da nehmen sie die richtige entscheidung alles gut wir haben wieder eine truppe dann stecken wir die hier direkt rein haben wir jetzt drei aber wir kriegen schon noch ein paar bis es tatsächlich losgeht gegen russland wir schauen mal wie sieht es hier aus ah ja ich hatte hier schon auf eins gestellt das heißt ich lasse die jetzt hier raus werde die einer neuen armee zuweisen dann auch dem feldmarschall hier zuweisen dann haben wir hier drei drin und als general hätte ich am liebsten den mannstein den hat man ja ganz am anfang in unserer kämpfenden truppe mit drinne den kann man dann hier unten bis ganz runter scrollen dann sieht man auch die die schon zugeteilt wurden und dann würde ich jetzt hier einfach den mannstein auswählen der hat hier fünf vier also gefällt mir gut das dauert jetzt ein bisschen bis der dann dahin gereist ist und dann geben wir einfach diese armee hier einen anderen general sortieren mal hier ist schon richtig sortiert nehmen wir einfach den da wie gesagt die hier hinten beim verteidigen sind nicht gar so wichtig das ist schon in Ordnung so ah ja die sind schon am losfliegen hätte ich jetzt fast gesagt am losschippern sind auch genau zehn wir bleiben mal ganz kurz hier naja wir haben ja italien steht jetzt da rechtfertigt gegen uns das machen wir kurz noch eine pause das ist aber nicht der fall und zwar italien hatte ich das ja schon mal erwähnt die wollen albanien haben und die haben auch schon claims auf albanien und ich bin nicht ganz sicher exakt wie es in dem italienischen baum zugeht allerdings ist es so dass albanien normalerweise friedlich praktisch sich italien anschließt müssen wir mal schauen was da passiert ich hatte glaube ich noch nie dass die tatsächlich gegeneinander gekämpft haben kann ich mich jedenfalls nicht erinnern die entweder sie schließen sich an oder nicht glaube ich also läuft alles das können wir eigentlich dann noch wegklicken dass das ist dann in Ordnung das müssen wir uns nicht weiter anschauen wir haben hier dass das ziel genau dann hatte ich jetzt hier schon bevor ich das wieder vergesse würde ich jetzt direkt mal hier den den pfad schon mal fertig machen auch schon mal auf play drücken die sind ja schon gar auf der halben strecke wir haben wieder zwei truppen bekommen ja jetzt geht es schlag auf schlag jetzt haben wir hier schon fünf wunderbar und dass hier die grenze auch verteidigt werden kann wie die mal hier durch die gegend reisen ist auch witzig ja nicht nur unsere da sind ja auch ein paar italienische truppen dabei wie das ausschaut und ein paar französische schicken die hin und her und bis die dann meistens da sind dann ist der krieg auch schon wieder vorbei ahja wenn dieses dieses geräusch kommt was gerade eben kam dann ist es normalerweise so dass hier das hier gebiet eingenommen wurde ok genau dann nehmen wir die jetzt auch alle hier steht eine truppe da hat man irgendwo ahja hier sieht man es in grün meine beiden invasoren armeen oder divisionen vielmehr sind am gewinnen aber wir können die ja noch einfach hinzufügen dann geht es noch ein bisschen schneller da kommt ja jetzt hier gleich auch noch eine genau da haben wir es jetzt hier sind wir jetzt bei paar und fünfzig die hier vorne können wir eigentlich lassen die die schicken wir mit dahin und die auch sind wir jetzt bei paar und siebzig genau und die anderen lassen wir da einfach ah ok ein paar flugzeuge sind in reserve das ist wunderbar genau die haben jetzt natürlich versorgungsprobleme weil es ja keinen hafen hier gibt ist aber nicht so schlimm wenn der hafen dann eingenommen wurde in kürze dann dann hat sich das erledigt und dann holen wir dann auch die anderen truppen nach sieht es denn eigentlich momentan aus ahja light tanks sind wir schon wieder auf nur minus 88 das freut mich sehr wir haben keinen verschleiß momentan wunderbar ah ich sehe gerade wir haben hier 177 wir haben ja hier diese truppe die hat nur zwei da könnte man eigentlich direkt noch mal eine umwandeln in die panzer elite genau der eine light tank ok ja der wird dann direkt geliefert wenn er denn hergestellt wurde dann haben wir hier schon mal drei wunderbar der könnte auch noch ein bisschen trainieren sehe ich gerade weil der hat hier hat ja eine armee die bisschen was zu bisschen ganz schön was verloren hat kann er die ja noch mal auf trainieren ok so der wie weit ist der ja der ist soweit hier die meisten haben gute organisationen dann werden wir ja direkt mal den krieg erklären genau die haben den pfeil schon hier waren wir am ausarbeiten des kriegsgründes 23 von 25 ja wunderbar das läuft hm haben wir dann flugzeugtechnisch was machen können wir haben ja ja 400 aber da geht es noch ein bisschen schneller wobei da ja da gibt es eigentlich kaum gegenwehr wir schauen noch mal gerade in neuseeland ah ja jetzt haben wir es alles eingenommen prima dann nehmen wir jetzt wieder wie in england die truppe brechen den angriff ab oder den den befehl ab und setzen noch mal neu dran damit der rest nachkommen kann das war ja da auch so da haben wir die dann einfach auf diesem wege da nach beordert und dann werden wir einfach ein befehl geben bitte bis da runter und angriff genau die kommen dann per per schiff runter und helfen dann mit könnten mal warte mal ich könnte mal eine truppe hier so direkt den weg abschneiden lassen und der rest macht das dann schon auf normalem wege alles klar hoffen wir mal dass das hinhaut dass nicht wir abgeschnitten werden aber dadurch dass die jetzt gleich angreifen werden mache ich mir da keine sorgen also hier war der oman fertig dann machen wir direkt beim jemen weiter 25 tage immer mal ganz kurz checken nicht dass man aus Versehen doch noch einen weiteren Kriegsgrund am laufen hat und dann dauert es 85 tage oder so das wollen wir nicht jetzt schauen wir mal wie es denn mit Flugzeugen aussieht ah ja wir haben 100 taktische Bomber könnten wieder mal eingesetzt werden dann klicke ich hier drauf schicken wir die mal hier mit her was haben wir hier wir können eigentlich warum eigentlich nicht machen wir einfach mal die fighter auch noch mit auf 100 und die Bomber auf 100 so dann haben wir hier zwei machen wir die ersten drei icons ne außer das trainieren und schicken die daher da haben wir schon mal wieder 200 Flugzeuge rein bekommen alles klar wir können immer trotzdem hier unten das beobachten mal so die Angewohnheit etwas loszuschicken und das dann zu vergessen und dann geht irgendwas schief ich habe einfach die Hoffnung die drei jetzt hier aus dem Spiel nehmen zu können indem ich die jetzt hier raus außen lang schicke da ist nicht mehr einer drin ne machen wir das doch direkt so ja ja jetzt hat es direkt geklappt haben direkt aufgegeben ja warum nicht ne mit weniger Kampf verliert man weniger Leute wunderbar freut mich sehr naja die Reichsautobahn ist jetzt fertig geworden das war hier genau dann wollte ich ja hier die sechs Fabriken haben in 70 Tagen wunderbar das gefällt mir wirklich sehr wir haben jetzt hier echt mit 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 wenig Kampf tatsächlich Neuseeland übernommen das Gute ist wir brauchen die jetzt eigentlich hier unten nicht mehr Australien greift normal nicht an die haben auch glaube ich die haben eine Division die übernehmen uns das jetzt hier nicht das heißt das ist jetzt das was ich sagte wir haben ja Kanada hat noch ein bisschen das hält schon nach einem kleinen Moment wir haben jetzt hier in Australien ja 10% eingenommen wir müssen das das Hauptland jetzt gar nicht einnehmen wenn dann die Verhandlungen sind ist Australien trotzdem dabei komplett das heißt ich werde jetzt diese Truppe nehmen und ich hatte ja gesagt ich hätte hier am liebsten sogar gar 4 3 sind sind okay aber 4 sind besser ich ordne die jetzt einfach hier dem hinzu und werde im Moment den Befehl aber nicht abbrechen weil ich weiß noch nicht genau wie lange die brauchen bis hier hoch und werde die einfach mal mit einem mit so einem Befehl wobei warte mal wir können auch erstmal an der Grenze einordnen dann reisen die dann automatisch da hoch und dann können wir die dann mit zum Verteidigen da einsetzen das ist wunderbar das hilft doch schon ungemein die Grenze dann noch besser zu verteidigen dann braucht man nämlich auch keine weitere Verteidigungsarmee rauszulassen wir haben ja hier auch noch ein bisschen Bedarf Militärpolizei jawohl da machen wir das mal so die entwickle ich jetzt erstmal nicht weiter die beiden hier oben auch nicht würde erstmal hier bei der Signalkompany weitermachen da hätte ich doch gerne die nächste Stufe und dann kommen wir mal zu dem Thema Militärpolizei und zwar sehen wir ja hier wir haben ja hier im Moment die schnelle Division drin und da sehen wir wir haben 500 Mann und 30 Produktionsleistungen für jeden Punkt Unterdrückung das ist das im Moment beste Template was wir haben aber mit der Militärpolizei kann man noch ein bisschen was verbessern, ein bisschen was anpassen und zwar nehmen wir einfach mal hier die schnelle Division klicken auf Edit und sagen Duplizieren ich nenne das Ding einfach mal Garnison und nehme hier den Turm das finde ich immer ganz passend und dann kann man denen dann praktisch hier das Militärpolizei geben ich lasse die auch erstmal so und speichere das jetzt hier für 10 Punkte ab dann gucken wir uns einfach mal die Werte an die sind nämlich jetzt schon besser als vorher im Großen und Ganzen also hier haben wir den Vergleich 530 und da haben wir jetzt hier 468 und 31 also wir erkaufen uns im Moment für ein bisschen mehr Produktion wobei das wird sich gleich noch ändern weniger Manpower die zum Bewachen benutzt wird 468 ist etwas weniger pro Unterdrückung das heißt wir würden dann hier Manpower zurückbekommen aber wir können das noch ein bisschen effektiver machen indem wir hier einfach noch mehr Pferde reinsetzen also es wird letztendlich immer effektiver desto mehr Pferde hier drin sind allerdings würde das ja einiges an Punkten kosten ich würde aber mal hier die die ersten beiden Reihen ausfüllen das kostet nicht viel das kostet nämlich nur 30 Punkte und macht das aber trotzdem ganz ganz gut recht effektiv 30 Punkte für die Garnison das speichere ich mal ab wir haben uns momentan auch gar nicht so viel wir haben nur noch 50 und ich will eigentlich 100 hätte ich gerne für die nächste Doktrin also wollen wir das hier mal nicht sagen wir mal verschwenden das ist auch nicht ganz so wichtig aber so ein klein wenig effektiver wird es jetzt dadurch wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe sehen wir jetzt die Garnison hat nur noch 437 und 27 also wir haben es jetzt in jedem Fall besser bekommen das heißt ich werde das jetzt hier austauschen das wird dann in allen Ländern ja hier automatisch gemacht und wenn wir jetzt hier oben beobachten 964 ich lasse die Zeit ein bisschen laufen schwupps da sind wir wieder bei einer Million das heißt wir keine Ahnung wir hatten 40 40.000 oder was auch immer haben wir jetzt dazu bekommen oh ja oh ja ok haben sich aber Zeit gelassen mit dem Angriff hier ok brauchen auch die Schiffe nicht mehr hier das ist ja ganz nett das brechen wir jetzt einfach ab hier mit der rechten Maustaste auf das Mülleimer-Symbol dann wird das abgebrochen und dann holen wir unsere Flotte wieder nach Europa zurück die brauchen wir da unten nicht mehr schicken wir die wieder hier was ich in den Hafen rein so das auch erledigt genau die Truppe war hier naja genau die hatte ich hier da habe ich vorhin ja den den gar nicht trainieren lassen so dann mache ich das jetzt mal und ich habe mir das überlegt der hier oder ich wollte ja das bei beim Angriff auf Russland zuerst klar machen das heißt wir werden ja hier einen kleinen Schnitt machen und ich werde die neue Truppe hier dran setzen die wird dann einfach mithelfen diese Zone hier oben so schnell es denn geht ja einzunehmen die lasse ich auch mal auf nicht aggressiv weil die sind ja noch im Moment noch noch nicht so gut aber ich stelle die mal an diese Grenze hier oben dran machen wir mal so geben noch den direkten Auftrag mal was weiß ich bis hier hinter zu marschieren so machen die das ja klar und die ja das und dann ist das einfach sehr viel schneller erledigt und dann können wir uns dann halt dem hier unten noch sehr viel schneller widmen müssen wir mal schauen wie schnell die hier tatsächlich dann in den Einsatz kommen genau die nehmen jetzt schon die Hauptstadt ein von Saudi Arabien schauen wir mal ob sie aufgeben oder ob sie nochmal ihre Hauptstadt verlegen ah ja da oben naja gut wenn sie das jetzt eingenommen haben das war ja nicht clever das nach da oben zu verlegen und 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 wie siehts aus ein bisschen was haben sie noch ah ja wir kriegen Divisionen Spanien Spanien gibt uns 19 Divisionen das ist doch mal nett Spanien Dankeschön 19 das ist doch lustigerweise genau 24 da haben wir jetzt genau 24 hier unten wunderbar siehst du da haben wir das Problem auch schon mal gelöst hier unten ist jetzt alles sicher wunderbar hier kommt ja noch eine neue Armee dazu bin ich rundum zufrieden wunderbar sehr gut jetzt müssen wir nur noch das hier schaffen bevor tatsächlich das ein bisschen bedenken dass keiner da aufgibt aber wir haben noch wir haben noch ein bisschen 24 Prozent ja jetzt hat es hier drüben nochmal eine Hauptstadt hingeschickt warte mal wir schicken den mal hier direkt drüber den auch noch ok so dann soll der dann nach Saudi-Arabien aufgeben und ich glaube warte mal wir waren mal hier schon durch ne ne wir waren mal ah ja gleich durch ich werde dann die Armee teilen und dann einfach hier und hier gleichzeitig angreifen wenn Saudi-Arabien durch ist dann geht es einfach schneller dann müssen sie auch nicht so viel hin und her reisen aber das ist am effektivsten genau Saudi-Arabien hat aufgegeben wunderbar gut für uns also ich teile die jetzt hier weise die dem auch zu der hier was ist der geht geht einfach hier her ist eigentlich egal ne ne warte mal hatte der jetzt hatte der noch irgendeinen Auftrag ne ne genau und der der geht da runter mhm prima dann kriegen sie auch gleich noch einen Auftrag wo sie hin sollen und dann drücken wir auch gleich noch play der hier auch der geht hier runter ok da warten wir noch bis die dann angekommen sind oh wir haben schon wieder genug Punkte haha das geht jetzt Schlag auf Schlag hier würde ich jetzt am liebsten den Air Force Chief einstellen und zwar kriegen wir von dem nochmal Luftüberlegenheit plus 10% das finde ich doch ziemlich gut Apropos Luftüberlegenheit ah ja wir hatten ja ah das ist ok genau diese noch machen da genau das ist wunderbar haben wir schon wieder noch ein paar neue Flugzeuge parat Naval Bomber brauchen wir nicht Close Air Support 100 jawohl dann machen wir das doch direkt haben wir hier noch ein bisschen Platz im Flughafen haben wir sogar das sind exakt 100 nehmen wir das auch direkt so und stellen das hier so ein wunderbar ja jeder jeder Stapel hilft da haben wir schon einige hier oben hatten wir ja auch noch einige ach die sind immer noch hier in Finnland am überwachen können wir eigentlich direkt mal umstellen sollen wir dann später hier hier ist ja unsere Zone ok hier oben hier ist es am wichtigsten dass wir hier den Durchbruch schaffen das zählt hier als eine Zone möchte ich behaupten ah ja genau geht bis da oben hin ja wir müssen unsere unsere Flugzeuge dann konzentrieren die Russen haben relativ viele bestimmt über tausend von jeder Sorte also müssen wir alles dann auf ein Gebiet setzen wo sind die denn im Moment so na die sind hier alles klar ja die werden locker einen Monat oder zwei brauchen bis sie oben sind aber sie helfen uns auf jeden Fall so jetzt beobachten wir das hier dass wir das nicht dass wir die Zeit ja nicht verschwenden jetzt haben wir wieder das Problem dass die ja nur zu zu Fuß gehen dann machen wir wieder mal die strategische Verlegung hierher und der ja auch ganz schön viel Widerstand können wir mal schauen wie ist denn der momentan höchste Widerstand eigentlich 43 Prozent in der Türkei ja das steigt sogar noch ei 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 okay da würde ich das mal auf das hier stellen nur in der Türkei die sind hier echt schon mächtig weit oben ja können wir vielleicht tatsächlich mal verbessern wie sieht es denn eigentlich aus mit unseren Reparaturtrupps hier schicken wir die wieder mal nach oben dass die Sachen einfach schnell weggearbeitet werden und danach gucken wir mal an da müssten wir dann eigentlich dann die Meldung bekommen dass wir einige Teams frei haben dann schauen wir mal wo wir da was was verbessern naja ist die Forschung fertig da können wir jetzt aber noch nicht weitermachen weil die ist erst 1940 dran wir sind im Moment noch ein Jahr zu früh dann lassen wir das einfach mal so wir werden mal hier die ja genau die Produktion ein bisschen steigern das kann man auf jeden Fall mitnehmen okay ja dann haben wir es schon wieder für diese Runde wir sind schon wieder bei knapp 25 Minuten Dankeschön fürs Zuschauen wenn es euch ein klein wenig gefallen hat dann könnt ihr ja bei der nächsten Folge wieder einschalten bis zum nächsten Mal bis denne ciao ciao